Musik Wenn ich dann jeweils nach Basel reise, da bieten wir ja nicht nur die Kurse an, sondern diese privaten Heil-Sitzungen. Und die Dauer einer solchen Heilbehandlung ist üblicherweise 30 Minuten. Und bevor eine Sitzung beginnt, will ich nie wissen, was dem Patienten fehlt. Ich möchte das immer erst zum Schluss wissen. Denn ich möchte einfach gar keine Vorkenntnisse über die Klienten haben. Und auch wenn es vorwiegend in diesen Sitzungen darum geht, dass ich Zugang zu heilenden Kräften habe für den Klienten, in so einer der Sitzungen gibt es Informationen. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich im Voraus keine Informationen erhalten möchte. Und so kommen Personen aus allerlei Gründen zu uns. Es müssen nicht immer körperliche Beschwerden sein. Es können zum Beispiel auch mentale oder emotionale Probleme da sein. Und so sind diese Heilbehandlungen offen für alles. Wenn du irgendein Bedürfnis hast, wir werden einfach versuchen zu helfen. Leider können wir nie versprechen, was passieren wird. Wir können nicht versprechen, dass da wirklich eine vollständige Heilung stattfinden wird. Trotzdem wurden auch Umfragen gemacht und so haben wir erkannt, dass statistisch gesehen, dass zwei Drittel der Personen, die für eine Heilbehandlung kommen, dann wirklich denen geht es besser. Und manchmal muss ein Patient mehrmals kommen, um das gewünschte Resultat zu erreichen. Aber leider scheint es so zu sein, dass ein gewisser Prozentsatz von Personen, da scheint keine große Hilfe zu entstehen. Und weil wir im Voraus nie wissen, wem geholfen wird und wem nicht, können wir auch nie etwas sprechen. Was wir können, ist anzubieten, den Versuch zu machen, zu helfen. Und das ist einig, der wir sehen, wie wir sehen. Untertitelung des ZDF, 2020